Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich bin Bernd Koska und ich möchte Ihnen etwas zur Kompositionspraxis Bachs erzählen. Ich werde weniger auf die kompositorischen Lösungen Bachs eingehen, sondern mich mehr auf die Umstände konzentrieren. Wie war das also als Bach, der dann jede Woche hier und öfter eine Kantate abliefern musste? Wie hat er das organisiert? Wie waren da die Hintergründe dieser Kantatenproduktion, die vor genau 300 Jahren einsetzte? Für Bach war die ganze Situation ja neu. Als er hierher kam, 1723, hatte er so ein Projekt noch nie gemacht, jeden Sonntag Kirchenmusik. Das gab es für ihn noch nicht. In Köthen hatte er eigentlich gar keine Kirchenmusik zu komponieren. Er war dort einfach nur höfischer Kapellmeister, hat hauptsächlich Instrumentalmusik geschrieben. Auch vorher in Arnstadt und Mühlhausen waren Kirchenstücke eigentlich nur sehr sporadisch dran und dann auch nur zu besonderen Anlässen, vielleicht zu Begräbnissen oder dergleichen. Aber eine durchgängige Kirchenmusik hat er da nicht gemacht. In Weimar war die Situation ein bisschen anders. Im März 1714 wurde Bach zum Konzertmeister ernannt und mit diesem neuen Titel war die Verpflichtung verbunden, ab jetzt monatlich neue Stücke zu komponieren im Wechsel mit dem Kapellmeister. Dresa hat Bach dann ungefähr alle vier Wochen eine Kantate komponiert und zur Aufführung gebracht. Und von diesen frühen Kantaten stammten viele aus einem Jahrgangszyklus von Salomon Frank, der als Hofpoet in Weimar angestellt oder tätig war. Er war eigentlich Sekretär und hat nebenbei aber eben solche Kantatentexte geschrieben. Sie sehen den Textdruck hier von 1715, das evangelische Andachtsopfer. Und da finden sich eben sehr viele von den Weimarer Bachkantaten wieder. Rechts sehen Sie die Arie zum vierten Sonntag im Advent, bereitet die Wege, bereitet die Bahn. In dieser Übersicht habe ich mal auch für die späteren Jahre die gedruckten Textvorlagen zu Bachkantaten zusammengestellt. Das sind also hier alles Textdrucke, die jeweils einen vollständigen Jahrgang mit etwa 70 oder mehr Kantatentexten enthalten. Und Sie sehen dann das Bach an der Zahl der Komposition, das er nie im ganzen Jahrgang vertont hat, sondern immer nur einzelne Texte daraus. Am meisten, wie gesagt, aus dem evangelischen Andachtsopfer von Frank. Auf diesen hat er auch später noch in Leipzig zurückgegriffen. In den anderen Fällen waren das eigentlich immer nur so Einzelstücke oder höchstens kleine Serien an Stücken, die er sich da rausgegriffen hat. Zum Beispiel die Weimarer Kantaten oder diese Kantaten aus dem sogenannten Meininger-Jahrgang. Das ist der erste hier von 1704, den er 1726 vertont hat. Da hat er sich immer nur kleine Stücke rausgegriffen und die dann vertont. Interessant ist, dass Bach auch in Leipzig noch, wenn er einen neuen Kantatentext brauchte, teilweise auf diese alten Vorlagen aus seiner Weimarer Zeit zurückgegriffen hat. Die Texte waren dann schon zehn oder vielleicht sogar 20 Jahre alt, lagen im Druck vor. Das ist eigentlich eine Besonderheit, was andere Komponisten nicht gemacht haben. Eigentlich wollte man natürlich möglichst aktuelle Texte haben und vielleicht auch sogar der Erste sein, der die vertont. Die Unterschiede werden zu anderen Komponisten noch deutlicher, wenn man sich Telemann zum Beispiel mal ansieht, der ja so der größte Kantatenkomponist seiner Zeit war, der ganz eng mit Erdner Neumeister zusammengearbeitet hat, hat sich extra Texte von ihm dichten lassen und mehrere Jahrgänge von ihm vollständig in Musik gesetzt hat. Auch andere Komponisten wie Christoph Graupner oder Gottfried Heinrich Stölzl in Gotha haben vollständige Jahrgänge vertont. Stölzl zum Beispiel hat seine Texte zu großen Teilen sogar auch selbst verfasst und die dann so als geschlossene Jahrgangsbücher in Druck gegeben. Und auch andere so kleinere Komponisten haben in der Regel vollständige Jahrgänge vertont. Woran lag das jetzt also, dass Bach das nicht gemacht hat? Wollte er es vielleicht einfach nicht? War ihm das sozusagen, ja, die Idee dahinter, 70 gleichartige Stücke zu schreiben, hat ihn das nicht gereizt? Gab es vielleicht andere Vorgaben in Leipzig, dass ihm die Texte einfach vorgeschrieben wurden? Auch das wissen wir eigentlich nicht genau, ob er sich die Texte frei aussuchen konnte. Wir haben darüber eigentlich keine Informationen. Es wäre allerdings sehr ungewöhnlich für so einen Stadtkantel, die waren eigentlich in der Regel frei, ihre Texte zu wählen. Die sollten halt jeden Sonntag ein Kirchenstück aufführen, aber woher das kam, war relativ egal. Bei höfischen Anstellungen konnte das schon anders aussehen. Da gab es vielleicht den Hofpoeten und dann wurde natürlich der Kapellmeister beauftragt, eben genau diese Texte zur Grundlage seiner Kompositionen zu nehmen. Generell muss man aber auch sagen, dass diese Vorlagen, die wir hier haben, nur wirklich einen kleinen Bruchteil der erhaltenen Bachkantaten abdecken. Bei den meisten Bachkantaten wissen wir schlicht nicht, woher die Texte kommen und wer die Textdichter waren. Was man ziemlich sicher sagen kann, ist, dass es schon mal nicht die großen Namen waren. Also Neumeistertexte, die sind bekannt. Darunter finden sich eben viele Bachtexte eben nicht. Bach scheint eher in Leipzig tatsächlich lokale Dichter bevorzugt zu haben. Sie sehen hier als Drittletzten die Christiane Marianne von Ziegler, die die Texte, die Bach 1725 schon vertont hat, später in Druck gegeben hat. Die war also eine Leipzigerin und hat offenbar auf privaten Abmachungen für Bach gedichtet. Genauso Christoph Birkmann war zu der Zeit, als Bach seine Texte vertont hat, Student in Leipzig, hat die Texte dann erst später in den Druck gegeben. Und auch so neuere Forschungen, die ich und meine Kollegin Christine Blanken gerade weiter verfolgen, die deuten eigentlich in die Richtung, dass das eher so ein studentisches Milieu war, aus dem Bach seine Texte oftmals bezogen hat. Es gibt da zwei Theologiestudenten, denen wir uns zugewendet haben. Christian Warmuth ist der eine, der wurde später Pfarrer in der Nähe von Merseburg. Und Adrian Brummer ist der andere, der auch später Pfarrer wurde, aber zu der Zeit, als sie hier in Leipzig waren, haben sie eben an der Universität studiert. Und es deutet einiges darauf hin, dass Bach also mit so studentischen Zirkeln zusammengearbeitet haben könnte, um seine Texte zu akquirieren. Also insgesamt haben wir sehr unterschiedliche Vorlagen, Textvorlagen in Bachs Kantatenjahrgängen. Und dann stellt sich eben die Frage, was heißt jetzt überhaupt, wenn man von einem Jahrgang von Bach-Kantaten spricht, der ja anders aussah als zum Beispiel bei Telemann. Ich habe mal hier die Textvorlagen für den zweiten bis vierten Jahrgang zusammengestellt. Es gibt die berühmte Reihe der Korallkantaten, die den zweiten Jahrgang eröffnen, die dann aber abreißen. Und der Jahrgang wird mit anderen Texten eben unter anderem von Frau Ziegler fertiggestellt. Der dritte Jahrgang ist eigentlich schon kein Jahrgang mehr, weil er sich über zwei Jahre hinzieht und also sehr heterogene Textgrundlagen verwendet. An der Anzahl der erhaltenen Werke sehen Sie auch schon, dass auch da kein vollständiger Jahrgang mehr erreicht wird. Und noch desolater sozusagen ist die Situation beim pikanter Jahrgang, der in den Jahren von 1727 bis 1729 eben nicht geschlossen, sondern immer mal wieder von Bach vertont wurde. Da kennen wir nur Nachweise von zehn Stücken. Und pikanter spricht zwar in seinem Vorwort die Hoffnung aus, dass der Jahrgang von Bach vertont werden wird. Aber wahrscheinlich, nach allem, was wir wissen, ist es nie dazu gekommen, dass Bach wirklich den ganzen Jahrgang vertont hat. Insofern ist also der erste Jahrgang schon was Besonderes, weil wir den tatsächlich fast vollständig besitzen. Ich habe Ihnen mal hier die Termine zusammengestellt. Lassen Sie sich nicht von der Datenflut verwirren. Ich habe immer schön gekennzeichnet, worum es mir geht. Die roten unterlegten Stellen hier, das sind im Prinzip die einzigen Fehlstellen, die wir in dem Jahrgang kamen, zu den anderen Aufführungsterminen, die in diesem Zeitraum 1723, 1724 in Frage kamen, die sind mit existierenden Werken besetzt. In dieser Übersicht sind die Kantaten markiert, also neu komponierte Kantaten, muss man dazu sagen, deren Texte sich auf gedruckte Textvorlagen zurückführen lassen. Bei den anderen Stücken ist eben die Herkunft unklar, mit Ausnahme eben der Kantaten, die nicht neu sind, sondern schon in Weimar entstanden. Und das sind alle die, die hier rot markiert sind. Das sind also Werke, die Bach von Weimar mit nach Leipzig gebracht hat und hier in seinen Aufführungskalender integriert hat. Bach hat wirklich versucht, eigentlich jede Kantate, auch wenn sie vom Aufführungsanlass vielleicht gar nicht so gepasst hat, aber in den ersten Jahrgang zu integrieren. Also hat man hier dann im Prinzip so das, fast so das Gesamtschaffen, was 1724 an Bach-Kantaten vorlag. Hinzu kommen noch die vier Kantaten, die hier gelb unterlegt sind. Das sind Stücke, die auf Köthener Werke zurückgehen, und zwar auf köthener weltliche Werke, die dann jetzt zu Kirchenkantaten umgearbeitet worden sind. Bach hat also diese Werke übernommen, oftmals bearbeitet, in Instrumentationen verstärkt, in Details geändert, aber waren eben keine Neukompositionen in dem Sinn. An dieser Kantate kann man diesen Wechsel von Weimar nach Leipzig ganz gut nachvollziehen. Das ist BWV 61, nun kommt der Heidenheiland. Auf der Titelseite findet man die Jahreszahl 1714, also eindeutig in Weimar komponiert. Und dann hat Bach aber sich eine Notiz gemacht, auf die Rückseite dieser Titelseite, und zwar über die Anordnung des Gottesdienstes in Leipzig, am ersten Adventssonntag frühe, wie er da schreibt. Da war nämlich die Besonderheit, dass das Kyrie musiziert wurde, also figural musiziert wurde, und das Credo aber dafür nicht. Und deswegen hat er das da durchgestrichen, Credo also so seine Gedankenstütze, weil er eben mit den Leipziger Gewohnheiten noch nicht so vertraut war. Es gab in Bachs Aufführungskalender im ersten Jahr Stoßzeiten, besonders natürlich zu den hohen Festen, wo also 1. 2. 3. Feiertag zu versorgen war mit Kantaten, die habe ich hier mal rot markiert. Dazu kamen dann noch die Festtage, die unter das Jahr verstreut waren, und also auch dafür gesorgt haben, dass wöchentlich eben nicht nur eine, sondern zwei Kantaten aufzuführen waren. Das sind also so die besonderen Stresszeiten, und gelb aber ist markiert das Tempus Clausum, was jeweils vor den Festen, Weihnachten und Ostern war, wo also in ein paar Wochen keine Kantaten aufgeführt wurden, und also Bach dann so ein bisschen in Vorproduktion gehen konnte und vielleicht so ein bisschen aufatmen konnte. Wann genau Bach seine Kantaten wirklich komponiert hat, das können wir halt nicht sagen, weil sich nirgendwo ein Datum der Fertigstellung einer Kantatenpartitur zum Beispiel findet, sondern wir kennen immer nur die Aufführungsdaten, die sich eben anhand des liturgischen Kalenders erschließen lassen. Deswegen kann man eben immer nur sagen, eine Kantate wurde komponiert zum so-und-so-vielten Sonntag, aber wann die tatsächlich fertiggestellt wurde und wann die Stimmen ausgeschrieben wurden, das ist eben gar nicht so klar. Das Ganze wird noch komplizierter, wenn man sich mal wirklich vorstellt, wie das so ablief. Zuerst musste ja der Text einer Kantate beschafft werden, was eben schon, wie ich angedeutet habe, für Bach ja anscheinend gar nicht so leicht war. Er hat sich eben nicht einfach nur auf gedruckte Vorlagen gestürzt. Und dann musste anhand dieses Textes ein Textheft für diese Aufführungen hergestellt werden. Hier sehen Sie mal eins von den wenigen erhaltenen Textheften zur Leipziger Kirchenmusik. Und zwar ist dieses hier für die Zeit von Ostern bis zum Sonntag Misericordias Domini 1724 innerhalb des ersten Jahrgangs entstanden. Das waren also immer so Einzelhefte, die für bestimmte Abschnitte des Kirchenjahres herausgegeben wurden. Das sind natürlich ganz wichtige Quellen für uns, weil wir da auch schon den Aufführungsort, also welche Kirche das war, zum Beispiel erfahren. Aber sie sind halt sehr spärlich überliefert. Das war im Prinzip Gebrauchsmaterial, was nach der Aufführung im Prinzip eigentlich wertlos war und nur sehr selten aufbewahrt wurde. Wir haben nur zwei von diesen Textheften, die in die Zeit des ersten Jahrgangs fallen, wirklich überliefert. Ich habe aber mal so eine Darstellung gemacht, wo die Texthefte mit Fragezeichen gekennzeichnet sind, die eigentlich existiert haben müssen, dass man mal so einen Überblick bekommt. Also vielleicht kam man so mit zehn Textheften über ein Jahr. Je nachdem hat man die dann eben zusammengefasst. Das war eine Praxis, die auch schon zu Kuhnauszeiten übrigens in Leipzig üblich war. An anderen Orten hat man direkt den Jahrgang für das ganze Jahr gedruckt. Da musste sich der Kantor also vorher schon festlegen, welche Texte er aufführen wollte. Vielleicht war natürlich auch das für Bach ein Grund zu sagen, na ja, ich schaue erst mal in den nächsten zwei Monate und danach sehen wir weiter, was wir da für Texte kriegen. Das heißt also, wenn man sich die Übersicht hier zugrunde legt und in den Juni 1723 schaut zum Beispiel, da musste Ende Juni quasi feststehen, welcher Text dann am 1. August musiziert wurde, weil das Textheft gedruckt werden sollte. Oder Anfang Januar 1724 musste festgelegt sein, spätestens was zu Maria-Verkündigung Ende März erklingen sollte, welcher Text da zu komponieren war. Und wenn dieses Textheft sozusagen in den Druck gegeben wurde, dann konnte Bach eigentlich anfangen zu komponieren, wenn er die Zeit dafür fand. Wie der Kompositionsprozess genau ablief, ist natürlich eine sehr spannende Frage. Auch hier hätten wir gern mehr genaue Quellen, aber die erhaltenen Partituren, die wir aus dem ersten Jahrgang haben, die geben da doch schon ganz gute Auskünfte. Ein Beispiel wäre diese Kantate, BWV 105, Hergehe nicht ins Gericht mit einem Knecht, zum 9. Trinitatis Sonntag 1723 geschrieben. Da sieht man also, dass Bach erst in den Kopftiteln nur den Aufführungstag geschrieben hatte, Dominika 9 Post Trinitatis, und dann aber später das überschrieben hat, weil er da eben noch Instrumente dazu haben wollte. In das System der ersten Violine hat er dann noch Corno e Oboa uno al unisono geschrieben, entsprechend dann auch für die zweite unisono Oboa. In den Takten 2 und 4, da sehen Sie so ein bisschen, wie verschmiert aussieht. Das sind so rasierte Stellen, wo Bach also mal eine Note anscheinend ändern wollte und die also ausradiert hat, das Richtige daneben geschrieben hat. Noch ein bisschen schlimmer sieht es dann auf dieser Seite aus, auch den ersten Chor aus dieser Kantate wiedergeben. Da sieht man in der oberen Akkulade, wie Bach Töne geändert hat. Dann wurde es unleserlich, dann hat er die Töne mit Tonbuchstaben daneben geschrieben. Wenn die Tinte noch nass war, dann konnte er das einfach so verschmieren und wegmachen und dann eben die neuen Noten darüber schreiben. In der unteren Akkulade hat er gleich drei ganze Takte, komplett ausgestrichen und dann eben daneben nochmal angesetzt mit dem, was er dann eigentlich machen wollte. Die Stelle habe ich hier nochmal groß. Also die gültige Fassung sozusagen ist auf der rechten Seite zu sehen, die dann letztendlich auch textiert wurde. Und man sieht hier ganz schön, dass Bach aber eigentlich den Einsatz, die Einsatzreihenfolge der Vokalstimmen anders geplant hatte. Eigentlich erst mit Tenor anfangen, Bass, Alt und Sopran. Und dann hat er sich aber umentschieden und hat an der Stelle den Sopran anfangen lassen und dann so nach unten die Stimmlagen wandern lassen. Wenn man dann noch ein paar weiten Seiten blättert in dieser Partitur, sieht man auch nochmal viele Korrekturen. Besonders interessant ist hier aber diese paar Takte, die unter der eigentlichen Noten notiert wurden, was dann wieder ausgestrichen wurde. Und dieses Motiv, das findet man dann so ähnlich in der letzten Arie dieser Kantate wieder. Die habe ich dann hier mal in der modernen Edition wiedergegeben. Und da hat Bach also anscheinend schon mal so einen Einfall gehabt, während er diesen ersten Chor komponiert hat. Und hat sich gedacht, das schreibe ich mir mal eben auf, damit ich es nicht vergesse, und hat es dann in einer leicht abgewandelten Form hinten in die Kantate eingebaut. Also da hat man wirklich mal so das Gefühl, ja, bei der Entstehung der Einfälle dabei gewesen sein zu können. Wenn dann die Kantatenpartitur fertig war, musste natürlich das Aufführungsmaterial hergestellt werden. Das hat Bach nicht selber gemacht, zum überwiegenden Teil, sondern er hatte sich Hilfe geholt. Das haben meistens Thomaner übernommen, die also schon ein bisschen älter waren und im Notenlesen und Notenschreiben geübt waren. Denen hat er dann aufgetragen, das Stimmmaterial herzustellen, zum Beispiel so, dann eben schön kalligrafisch in Schönschrift und gut lesbar, dass man es auch in der Kirche erkennen konnte, im Gegensatz zu den Partituren vielleicht. Diese Schreiber, die haben eigentlich nirgendwo ihren Namen hinterlassen in diesen Manuskripten. Und man hat erst in den letzten Jahrzehnten, als man sich die Werke sehr genau angeschaut hat, für die neue Bach-Ausgabe überhaupt rausgefunden, wer das sind, was das sind und dass das eben tatsächlich Thomaner sind, die sich dann als Schüler in der Thomas-Schule nachweisen lassen. Und es scheint so, dass Bach immer so einen Hauptschreiber beschäftigt hat über längere Zeit, solange der eben auf der Schule war, den er besonders vertrauenswürdig fand. Und dann muss es da so eine Art Vertrag gegeben haben, oder vielleicht auch nur mündliche Absprachen, dass man eben gesagt hat, du hilfst mir jeden Sonntag beim Stimmenausschreiben, jede Woche, und bekommst dafür dieses oder jenes. Dieser Stimmensatz hier ist von das Hauptschreiber aus dem ersten Jahrgang geschrieben, Johann Andreas Kuhnau. Der ist identifiziert worden, weil man eben mal ein Bewerbungsschreiben von dem dann gefunden hat, wo dieselben Schriftzüge auftauchen. Seitdem hat man den Namen. Das war ein Neffe des Thomas-Kantors, Johann Kuhnau, Bachs Amtsvorgänger. Und dieser Johann Andreas hat schon ab 1718 die Thomas-Schule besucht, war also schon sehr erfahren, als Bach dann sein Amt angetreten hat und ist dann von Bach mit diesen Aufgaben betraut worden. In Sonderfällen musste Bach dann aber selber noch eingreifen, wenn eben alles nicht so klar war. Das ist hier die Stimme für die Oboe da Katscha 2. Da hat Bach die erste Seite geschrieben, den ersten Satz, und dann so ein paar Tatschet-Vermerke dahin zugesetzt. Die zweite Seite hat dann Kuhnau geschrieben und den letzten Choral hat wieder Bach selbst übernommen. Warum war das jetzt so? Wenn man sich die Musik dann anschaut, dann sieht man, dass diese Stimme hier eigentlich, also für den ersten Satz, dass die eigentlich aus der Tenorstimme gezogen ist. Also das heißt, da gab es in der originalen Partitur anscheinend kein Extrasystem, was dafür geschrieben wurde, sondern Bach hat sich eben einfach vorgestellt, dass die Oboe den Tenor mitspielen soll, aber eben auch nicht an allen Stellen, sondern nur an stark instrumentierten Stellen. Also das musste er dann sozusagen schon selber machen und das konnte er nicht delegieren, ohne da Verwirrung zu stiften. Deswegen hat er sich gesagt, dann schreibe ich es eben gleich selbst aus. Und bei der Arie in der Mitte, da war das anders. Da übernimmt die Oboe da Katscha so eine Bassetschen-Funktion, also spielt den Bass, der ohnehin in einem gesonderten System in der Partitur notiert gewesen sein muss. Und da konnte Bach eben sagen, hier, diesen Satz ist dann eben dieses System an dieser Stelle. An den Korrekturen, die Bach selbst in seiner Abschrift da vorgenommen hat, also man sieht da unten ja so einen großen Zweitakte, die durchgestrichen sind, auch später mal ist so ein Achtelfähnchen hinzugefügt worden, also wieso hat er sich da verschrieben? Vielleicht, also seine Originalpartitur, die haben wir nicht dazu, die ist verloren gegangen. Aber man kann halt sich vielleicht vorstellen, dass er selber nicht mehr so richtig lesen konnte, was er da eigentlich geschrieben hat. Vielleicht war es am Ende des Satzes so, dass er das schnell noch auf eine Seite quetschen wollte und dann eben Probleme bekam, das richtig zu deuten. Aber am Ende muss es ja aufführbar gewesen sein. Also so in diesem Schema Bach macht die Partitur, dann werden die Stimmen ausgeschrieben, wird ihm nochmal korrigiert und eben entsprechend schwierige Passagen dann selbst noch nachgetragen. So muss das also den ganzen ersten Jahrgang gelaufen sein, Woche für Woche. Auch im zweiten Jahrgang haben wir das. Erst eben ab dem dritten Jahrgang dünt sich so Bachs neue Kompositionen an Kantaten so langsam aus. Das verliert sich dann mit dem Laufe der Zeit. Wir können halt vermuten, dass Bach eben bis dahin dann schon selber einen Fundus an Kantaten eben selbst geschaffen hatte, vielleicht sich auch von fremden Komposisten besorgt hatte, auf die er dann immer wieder mal zurückgreifen konnte, also nicht alles neu komponieren musste. Vielleicht hat er auch einfach irgendwann das Interesse an Kantaten-Kompositionen verloren und sich dann anderen Feldern zugewandt. Wir stehen jetzt jedenfalls so in dem Jubiläumsjahr sozusagen noch an der Stelle, wo noch alles frisch ist, Bach voller Tatendrang ist und anfängt sozusagen erstmals wirklich konzentriert Kantaten zu schreiben. Und dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Peter Wollny wird jetzt noch einiges zu den Stücken des Konzerts sein. Vielen Dank.